Kinder werden sehr früh z.B. mit Pornografie konfrontiert. Entweder in einem gleichaltrigen Kreis oder auf dem Schulausplatz oder in dem, was sie selbst im Internet finden. Und das ist ein Problem. Sex ist gefühlt überall. Auf Plakatwände, im Internet, in den sozialen Medien. Kinder und vor allem Teenager kommen um das Thema gar nicht herum. Wir Erwachsenen sowieso nicht. Und trotzdem ist es für viele Eltern immer noch schwierig, mit ihren Kindern über Sex zu sprechen. Man geniert sich, weiss nicht recht, wie anfangen und was zu sagen und hat vielleicht auch Angst, etwas Falsches zu machen. Zum Glück gibt es Fachleute, die da helfen können. Eine davon ist Veronika Schmidt, klinische Sexologin, Paarberaterin und Familienberaterin. Ich freue mich, kann ich heute ein paar brennende Fragen klären. Rund um das Thema Aufklärung. Herzlich willkommen, Veronika Schmidt. Danke. Sie haben ja jetzt gerade zwei Bücher herausgegeben. Respektive eins kommt demnächst. Rund um Sexualaufklärung. Eins für Erziehende und eins für Teenager. Wieso hat es jetzt nochmals zwei Bücher mehr gebraucht? Also ein Grund ist, dass mich immer wieder Leute angesprochen haben in den letzten Jahren, seit meine Bücher erschienen sind. Ich würde sagen, ob ich nicht etwas für Teenager. Also wie Sie irgendwo hätten gerne den Inhalt, den ich in den Erwachsenenbüchern bringe, so etwas auf Teenager-Ebene, mit Teenager-Ebene, mit Teenager-Sprache, auch mit Bildern illustriert, eben würde ich herausgeben. Also das ist der Inhalt, den Sie über Sex schreiben und wie kann man guten Sex haben? Das sind so diese Themen, oder? Ja. Und natürlich gehört zum Teenager-Buch dann die ganze sexuelle Entwicklung dazu. Also so etwas Erklärungen bekommen, was passiert eigentlich mit mir in der Pubertät. Und im älteren Buch, also ich bin ursprünglich Sozialpädagogin und ich habe einfach gemerkt, wenn ich ein Teenager-Buch schreibe, dann möchte ich auch ein Begleit-Buch schreiben, für ältere Jugendgruppenleiter, was auch immer, natürlich auch Lehrpersonen. Ähm, die eben auch ein bisschen zeigt, wie ist die sexuelle Entwicklung vom Säugling bis ins Erwachsenenalter und was können Erziehende Hilfreichs in die Wege leiten in dieser Entwicklung, damit Jugendliche sich tatsächlich ihrer Sexualität sicher fühlen. Also wenn ich jetzt finde, Buch für Teenager, super, ich kaufe das Buch, lege es meinen Teenager hin und dann sind ja die versorgt. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, da hätten sie irgendein Aber. Ja, das hat man jahrzehntelang so genau gemacht. Ich habe das auch so erlebt. Ich habe das Büchlein die Hand gedrückt bekommen. Was eben den Teenager und den Kindern, ich rede immer von Kindern und Teenager, fehlt, ist quasi das Gegenüber, das auch sich getraut, darüber auch zu reden. Also das Gesprächsgegenüber, Gesprächskultur ist ein wichtiger Aspekt der Aufklärung. Was würden Sie, wenn Sie jetzt wünschen könnten, was jetzt mit diesen zwei Büchern passiert? Wie sollten jetzt die Eltern vorgehen? Also ich wünschte mir, dass Eltern mit kleinen Kindern auch schon in diese Bücher schauen, bevor die Kinder im Teenager-Alter sind. Also schon mit Babys, mit Zweijährigen so dort? Genau, also mit Zweijährigen, eigentlich auch schon mit Jährigen. Also eigentlich fängt das Kind ab der Geburt an, seinen Körper zu entdecken. Und schon dort sind ganz viele Eltern verunsichert. Also, weil man selber nicht befreit in der Sexualität aufgeklärt wurde und aufgewachsen, kommt man eigentlich bereits schon in Schwierigkeiten in Persönliche, wenn man sieht, okay, mein Baby geht eigentlich ganz ungezwungen mit seinem Körper um. Und wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Oder was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel auch in der Sprachentwicklung all diese Sachen benennen. Und ganz viele Eltern sind total verunsichert, wie sie jetzt die Geschlechtsteile benennen sollen. Also benennen heisst nicht, man spricht dann vom Pfeifen oder Mischeli? Sondern man spricht vom Penis und der Vulva und der Vagina. Also nur schon, dass auch Mädchen und Jungen beide Bezeichnungen gehören vom gesamten Geschlechtsorgan der Frau. Also dass es eben dann nicht etwas gibt, das in der Entwicklung wie verloren geht, weil sie keinen Namen dafür hat. Das ist bei den Mädchen die grössere Gefahr als bei den Jungen, oder? Das ist natürlich bei den Mädchen die grössere Gefahr. Der Unterschied ist, dass die Jungen ihr Geschlechtsorgan sehen. Sie haben von Anfang an, wenn sie auf die Welt kommen, ihren Penis in der Hand. Sie spüren, der hat ein Eigenleben. Der schwillt an und wird wieder klein. Und je nach Temperatur reagiert er. Und wenn ich da rumzupfe, reagiert er. Und unter Umständen haben die Mädchen das auch, wenn ihnen das erlaubt ist. Aber sie sehen bereits schon die Veränderungen nicht. Also Klitoris ist im Körperinneren, das ist ein Pendant zum Penis. Und diese Veränderungen sieht das Mädchen nicht. Und dann gibt es den vaginalen Innenraum, der oft total vergessen geht in der Aufklärung. Und das sollte Bestandteil sein. Also dass ein Mädchen auch weiss, wie bin ich geschaffen. Also das wäre jetzt etwas, das ganz früh wäre, und das eigentlich um die Sprache, die Entwicklung der Sprache geht, die schon Aufklärung ist. Genau. Also das heisst, Kinder müssen nicht früher schon alles wissen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern damit ist gemeint, Aufklärung ist etwas, das eigentlich laufend passiert, über all diese Jahre der Entwicklung. Und immer ist wieder irgendetwas anderes dran. Und meistens orientiert sich das an der Neugier der Kinder. Und dann ist schon die Frage, habe ich eigentlich Antwort auf die Fragen der Kinder? Fühle ich mich kompetent oder fühle ich mich verunsichert? Und das Elternbuch würde eigentlich das Ziel haben, dass Eltern sich kompetent fühlen. Dass man bereits, wenn solche Fragen auftauchen, dass man schon die Antwort hätte im Hintergrund. Genau. Oder eine Teilantwort. Oder einfach lehrt, wie soll ich meine Haltung haben, im Sinne von genau so lernend und neugierig wie Kinder, und sich nicht scheuchen. Das ist eigentlich ein grosses Thema. Würden Sie dann sagen, das Teenagerbuch, das ist ja etwa 11, 12 Jahre, müsste es dann so sein, dass Eltern schon alle Themen, die in diesem Buch vorkommen, mit den Kindern besprochen haben und ihnen erst dann das Buch geben? Oder finden Sie den umgekehrten Weg, ein Buch geben und dann Fragen beantworten, hat auch seine Berechtigung? Es hat seine Berechtigung noch. Erfahrungsmässig ist das mit 11 wie zu spät. Das heisst, eigentlich sollte die biologische Aufklärung mit 11 abgeschlossen sein. Was beinhaltet die biologische Aufklärung? Wie funktionieren die Geschlechtsorgane? Wie geht Sex im Simfu? Was hat das für eine Bedeutung zwischen Mann und Frau? Die Fortpflanzung, wie die funktioniert. Alle diese Dinge. Und was dann aber kommt, und vielleicht vorher eher nicht ganz so ein Thema ist, ist die ganze emotionale Entwicklung mit der Sexualität. Also die Themen, Verliebt sein, Geschmärterlinge im Bauch, die pubertäre Entwicklung, das Gefühlschaos, mit dem einhergeht, sich in der gleichhaltigen Gruppe irgendwo zurechtfinden, und auch wissen, und das hat alles letztendlich ab dann auch mit Sexualität zu tun. Also wir wissen, es ist normal, dass ich sexuelle Empfindungen habe, dass ich mich verliebe, dass ich alles von der Sexualität anschaue. Also das wäre mit der emotionalen Entwicklung gemeint, und das ist bei kleinen Kindern weniger das Thema. Da geht es noch ein bisschen um Gefühle im Sinne von, was fühlt sich schön an? Wie fühlt sich mein Körper an? Also Verliebtheiten gibt es natürlich immer auch schon im Kindergarten, aber es geht mehr darum, den Körper zu kennenlernen und schrittweise hineingeführt werden in das Thema, dass der Mensch als sexuelles Wesen geschaffen ist und was das eigentlich heisst. Sie haben jetzt 11, glaube ich, als Grenzen quasi gesagt. Ja. Also bis 11 sollte das erledigt sein mit dem biologischen Teil. Also diese Grenzen haben natürlich damit zu tun, ab wann ... Also 11 ist eigentlich Spatien vor der Pubertät. Also ab dann muss man eigentlich jeden Tag damit rechnen, dass die Pubertät richtig losgeht, dass die Jungs quasi ihren ersten Samenerguss in der Nacht und dass die Mädchen die Mense bekommen. Und darum wäre es wichtig, die würden nicht überrollt von diesen Ereignissen, sondern sie wüssten dann, was auf sie zukommt. Also wenn man jetzt hört und denkt, oh, oh, ich habe da etwas verpasst, so abgefahren, mein Kind ist, sagen wir mal, zwölf. Dann ist es nicht so, dass quasi alles zu spät ist und man am besten gar nicht mehr zuerst anfängt? Nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Also ... Dann kommen natürlich die spannenden Fragen. Und jetzt ist die Frage, habe ich eine Vertrauensbeziehung zu meinem Kind, das Gefühl, dass ich meine Eltern alles fragen kann? Und dann ist es mir mitten drin. Also dann ... Dann kann man auch das Buch geben und die Kinder nicht einfach allein lassen mit dem Buch. Das fände ich schon auch wichtig. Sondern man sagt, ich bin auch da, um mit meinem Kind darüber zu sprechen, was es mit ihm macht, wenn sie die Sachen im Buch anschauen. Welche Fragen kommen auf? Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass die meiste Aufklärung eigentlich unter den Gleichaltrigen läuft. Ja. Als nächstes kommt die Mutter noch zum Zug und der Vater ist weit abgeschlagen. Das gilt für die Aufklärung von Jungen und Mädchen? Das gilt für die Aufklärung von Jungen und Mädchen. Und es wäre wirklich schön, das würde sich ändern. Also, dass eigentlich Eltern sich so kompetent fühlen, dass sie als Gesprächspartner sich nicht in Rückzug beginnen, sondern präsent sind, eben auch so in dieser Art und Weise, dass die Kinder auch mit einem darüber reden wollen. Also, das Belehrungs- und Aufklärungsgespräch, das finden sowohl Teenies als auch Vorpuppentierende ganz ätzend. Das ist dann in Serien oder so. Genau. Das Gespräch. Genau, das Gespräch. Also, das wollte ich noch fragen, wenn man jetzt das Buch gibt und nachher sagt, so und jetzt hast du Fragen und das Kind sagt, gar keine. Muss man sich dann ein bisschen selber hinterfragen? Also, die Kinder sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, man muss sich nicht in dem Sinne hinterfragen, dass man denkt, oh, ich habe alles falsch gemacht oder so. Sondern dann braucht es ein bisschen mehr Effort, wirklich ins Gespräch kommen. Und vielleicht so die Situationen von Vertrauen auch herstellen. Ich beschreibe das alles ein bisschen in diesem Elternbuch. Also, es hat auch viele Vorschläge, was für Fragen kann ich einem Teenie stellen, damit ich ins Gespräch komme. Und wichtig ist auch, dass man sich selber eben auch hinterfragen lässt. Wenn ich authentisch bin, auch kann ich sagen, ich weiss nicht alles. Auch kann ich sagen, ich fühle mich auch unsicher. Vielleicht von der eigenen sexuellen Entwicklung erzählen, wie man das selber erlebt hat. Ohne jetzt in peinliche Details gehen. Dann gewinnt man auch das Vertrauen von Teenager, um darüber zu sprechen. Also, es gibt schon Grenzen, wo man setzen kann, wenn Sie sagen, ohne peinliche Details gehen. Es gibt schon Sachen, wo man sagen will, da wird jetzt nicht darüber reden. Genau. Genau. Also, eine dieser Fragen ist, das können auch Kinder schon fragen, wenn sie wissen, also, du und der Papi oder du und die Mami miteinander, was macht ihr denn ganz konkret, wenn ihr Sex habt miteinander, dann kann man selbstverständlich sagen, du, ich glaube darüber, das ist so wie unsere Privatsphäre. Darüber möchte ich jetzt nicht Auskunft geben. In der Regel fragen das auch eher kleinere Kinder. Teenager würde ich mal meinen, die wollen nicht wirklich etwas wissen vom Sexleben der Eltern. Ich habe auch gedacht, bei Teenager könnte das schon noch mehr passieren, wenn man jetzt ein Buch gibt, das auch gar nicht so fest mit den Eltern sprechen will. Genau. Genau. Ich finde es einfach wichtig in der Aufklärung, dass man wirklich Informationen offeriert. Mhm. Ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Und es ist einfacher, die Informationen zu offerieren, wenn man schon immer mit den Kindern ungezwungen unterwegs war mit all diesen Fragen. Jetzt ist das ja einfacher gesagt, wie gemacht. Ja. Wenn man tatsächlich so Hemmschwillen hat, und dann kann man sich ja Mühe geben, wie verrückt, aber die Kinder merken das. Mhm. Was empfehlen Sie dort, wenn jemandem das so geht? Dann würde ich empfehlen, sich zuerst einmal selber mit sich und der eigenen Sexualität auseinandersetzen. Also ein Thema, worum man ja sprachlos ist, ist, weil man konfrontiert ist mit dem eigenen Erleben und das vielleicht gar nicht so einfach findet. Mhm. Und wer mit sich selber in dem Sinne gut unterwegs ist, auch in der Sexualität, ich glaube, für den ist es gar nicht so schwierig, darüber zu reden. Ich mache die Erfahrung in der Beratung, also nach zwei, drei Beratungsstunden, wo man einfach mal über die eigene Sexualität redet, redet man schon ganz anders. Gibt das auch für die Aufklärung vielleicht? Genau. Wenn man mit mir redet, wird es einfacher. Es ist so, wie der erste Gump ist der schwierigste. Aber wenn man mal angefangen hat, ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Und dann ist die Frage, fühle ich mich kompetent mit meiner eigenen Sexualität und fühle ich mich darum, auch kompetent mit den Kindern darüber zu reden? Ja, das ist eben auch die Frage, was soll ich denn sagen, was nicht? Also eine solche Frage ist ja zum Beispiel auch, kann ich mein Kind auch überfordern mit Informationen? Kann ich zu viel sagen? Also ich denke, mit sachlichen Informationen, wo ein Kind eigentlich eine Frage gestellt hat, kann ich es eigentlich fast nicht überfordern. Kinder senden schon Signale, manchmal auch nonverbal, wenn es ihnen zu viel wird. Dann höre ich einfach auf. Also ich muss mir vorstellen, Aufklärung, wenn ich die verstande, als durch die ganze Kindheit durch, dann ist das so ein bisschen wie ein Förderband. Also da kommen die Fragen, da kommen die Informationen, ich gebe Informationen. Ich habe vielleicht mehrere Kinder, die sind in der Entwicklung auch nicht am gleichen Ort. Die kommen aber vielleicht etwas mit über am Familientisch. Und man muss sich vorstellen, die Kinder nehmen eigentlich von dem Förderband, was es gerade interessiert. Und das andere ignorieren die einfach. Und das Förderband, das läuft immer etwas rundherum. Und jedes Mal ist vielleicht irgendetwas anderes dran. Also wenn ich ansprechbar bin, durch eine ganze Kindheit durch, dann muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, dass ich irgendetwas verpassen könnte. Also Beispiel Familientisch. Ich finde eigentlich noch ein spannendes Beispiel. Jetzt angenommen, man hat, ich sage jetzt mal, ein elfjähriges am Familientisch. Und das hat jetzt gerade sehr konkrete Fragen, wo man das Gefühl hat, oh, mein Vierjähriger am Tisch könnte jetzt recht überfordert sein mit dem. Würden Sie jetzt sagen, ist kein Problem? Nein. Komm, wir reden später darüber. Nein. Das gehört das gar nicht, wenn es uns nicht interessiert. Oder dann schnappt es etwas auf und bringt es dann vielleicht wieder in einen Zusammenhang, wo man es wieder aufnehmen kann und sagen, entweder, «Ah, da hast du glaube ich etwas verstanden, das ich nicht gesagt habe, dann komm, wir schauen das mal an». Es gibt auch super gute Aufklärungsbücher, Bilderbücher für jüngere Kinder. Also ich habe im Elternbücher, so in der Mitte, ich weiss nicht genau, wo es ist, auch so eine Liste gemacht, was sind sinnvolle Aufklärungsbücher. Wenn Aufklärungsbücher genau so bei den Comics und bei den anderen Bilderbüchern liegen und nicht separat in einem Schrank, wo man dann denkt, «Ja, wenn es dann soweit ist, nehme ich das für». Sondern eher, also die könnten dazu anregen, dass vielleicht die Fragen gestellt werden. Genau. Oder dass man einfach die Bilder anschaut. Weil das ist ja das andere, oder? Also, wenn ich das jetzt richtig rausgehöre, dann sagen sie ja, man sollte grundsätzlich einfach auf die Fragen antworten, die gestellt werden. Also man muss nicht unbedingt von sich kommen, und jetzt haben wir das Gespräch. Genau. Aber es gibt ja schon Fälle, wo diese Fragen nicht so kommen. Genau. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind es dann gleich elf und die Fragen sollten doch mal kommen. Also Kinder, die nicht fragen, da muss man als Eltern etwas offensiv werden. Und sagen, «Kommen, schau dir das Buch mal an.» Wie geht es dir, also wie fühlst du dich mit deinem Körper? Das ist jetzt eine etwas eine etwas hochgestochene Frage für ein Kind. Also würde ich sagen, es geht eigentlich mehr darum, wenn ein Kind badet, oder wenn ein Kind an sich herumspielt, am Geschlechtsorgan oder so, dass man so etwas sagt, «Das fühlt sich schön an.» Und so versucht man einfach über diese Körperempfindungen auch ins Gespräch zu kommen. oder es gibt Kinder, die vielleicht nicht gerne reden, aber gerne gekrabbelt werden. Also Sinnlichkeitserziehung ist ja nicht einfach nur, was vermittle ich dem Kind, sondern Sinnlichkeitserziehung ist auch all die Sachen, die ich Körpererfahrungen ermögliche. Ich beschreibe das auch im Buch. Also auch dreckeln, singen, lachen, am Boden herumruggeln. All diese Sachen sind ein Teil der Sinnlichkeitserziehung. Und irgendwo ist es einfach gut, wie wenn man merkt, ich mache eigentlich bei mir emotionale Grenzen, wenn es zu intim wird, weil ich mich unsicher fühle. Dann ist es gut, sich selber wie nochmal mit sich selber auseinandersetzen. Da gibt es dann z.B. andere Bücher von hinten, die man lese. Genau, genau. Also, vielleicht noch mal kurz auf das zurückkommen. Wenn man von sich das weiss, ich bin gehemmt und mein Kind merkt das wahrscheinlich. Sollte man versuchen, es einfach gleich zu machen, weil es einfacher wird mit der Zeit? Oder macht man unter Umständen sogar etwas kaputt damit, dass das Kind merkt, meine Mami oder mein Papi ist das peinlich? Ich ... Kinder sind nicht aus Porzellan. Also, ich glaube, das ist einfach mal wichtig, um zu sehen. Also, tendenziell in der heutigen Zeit muten wir Kinder eigentlich eher zu wenig zu. Man sieht den Kindern an, wenn sie etwas nicht wollen. Wenn ich sie dann überfahre, dann ist es nicht gut. Und ja, sie merken, ob mir etwas peinlich ist. Natürlich vermittle ich mit dem auch etwas, aber unter Umständen vermittle ich einfach, okay, Mami ist es mit dem Thema nicht so wohl. Was ist eigentlich mit der Mami los? Könnte ja auch das sein, oder? Es könnte natürlich auch sein, dass das Kind findet, okay, ich frage jemand anderen, der sich wohl damit fühlt. Aber die Herausforderung wäre ja in dem Moment, wo ich merke, dass es mir nicht wohl ist damit, dass ich mich mit mir selber auseinandersetze. anfangen würde das vielleicht, wenn ich eine Partnerin oder einen Partner habe, dass ich dann einmal anfange, über das eigene Sexleben zu sprechen. Also, es hängt letztendlich eben alles ein bisschen zusammen. Also, dass man vielleicht auch in einer Partnerschaft trainiert? Genau, dass man sich trainiert, indem man mit dem Partner, mit der Partnerin über das eigene Sexleben anfängt zu sprechen. Aber man könnte auch anfangen, über die eigene sexuelle Entwicklung zu sprechen. Also, sage mal, dass man diese Fragen, wo man vielleicht merkt, da stehe ich an mit meinen Kindern, dass man sie sich einfach auch einmal selber stellt. Also, sage mal, wie hast du das eigentlich erlebt? Was habt ihr in der Familie für Worte gehabt? Für den Penis und die Vulva und die Vagina? Ist das überhaupt benannt worden? Was hast du für Informationen gehabt zu Sex? Wie hast du dich aufgeklärt? Viele Paare haben über das schon miteinander geredet. Aber es gibt auch viele, die das nicht haben. Und auch da würde ich versuchen, wirklich auf die emotionale Ebene zu gehen, sich auch zu fragen, mit welchen Empfindungen ist das alles verbunden bei dir? Also, man muss vielleicht einmal ein bisschen sich selbst psychologisieren. Ja, ich sage mal, reflektieren. Schönes Wort. Ja. Und solche Fragen hat es auch im Elternbuch. Wie ist das eigentlich? Man könnte ja auch versuchen zu sagen, gut Interesse wird in der Schule und überall wird ja so viel aufgeklärt. Ich muss ja gar nicht unbedingt. Das Kind wird ja so aufgeklärt. Warum sagen Sie, die Aufklärung zu Hause ist wichtig? Ich glaube, wichtig ist sie darum, weil sie in Beziehungen eingebettet sollte sie eigentlich sein. Ich finde es entweder oder schwierig, also sowohl als auch wäre eigentlich gut. dass ich nicht etwas an die Schule abdelegiere und dann denke ich an die Heime jetzt einfach nichts mehr zu tun. Sondern am sinnvollsten wäre es eigentlich für Kinder, wenn sie merken, meine Eltern wissen genau so Bescheid wie in der Schule. Und eigentlich wäre es auch sinnvoll, dass wir auch das, was in der Schule passiert, auch am Familientisch noch einmal reflektieren. Vielleicht können wir dann auch noch ein paar Sachen eingeben, die jetzt in der Schule kein Aspekt sind. Also ich sage mal der ganze Wertekatolog. Also die Schule tut Aufklärung in der Regel wahrscheinlich möglichst wertfrei vermitteln. Sehr biologisch dann. Genau. Nein, sie reden heute auch über die emotionalen Aspekte, aber dann ist quasi so etwas, dass anything goes. Und das geht ja für religiöse Eltern, gläubige Eltern eher nicht. Also die möchten ja dann auch den Wertekatolog in Bezug auf Sexualität vermitteln, was ich auch richtig und sinnvoll finde. Und auch da können Kinder problemlos unterscheiden. Also da ist die Haltung, da ist die Haltung. Irgendwann muss ich meine Eigenhaltung finden. Es ist ja auch so ein Thema, die Aufklärung in der Schule schlägt ja interessanterweise in schöner Regelmässigkeit Wellen. Ja. Es kommt immer wieder einmal etwas, oder? Da war einmal der Sex-Koffer, so als Beispiel, die dann hohe Wellen geschlagen hat. Und es kommt immer wieder einmal so etwas, zu viel Aufklärung, zu frühe, falsche Aufklärung. Also da sind offenbar viele Ängste rum in Bezug auf die Aufklärung, die man nicht selber in der Hand hat. Ich glaube, dass die Ängste und die Unsicherheiten vor allem damit zu tun haben, dass man sich selber unsicher fühlt in diesem Thema. Mhm. Ich gehe ... Also ich habe selber Kinder grosszogen. Wenn ich mich nicht schüche, mich diesem Thema zu stellen, dann ist das ja auch immer eine Anregung für das Gespräch zu Hause. Um eben zum Beispiel dann die eigenen Werke noch vermitteln. Genau. Und ja, dass es so Wellen schlägt, ich glaube, das hat mehr eine politische Dimension. Also im Sinne von, was denkt man, ist die Aufgabe der Familie, was denkt man, ist die Aufgabe der Schule. Es wird auch sehr viel, ähm, sagen wir mal, Unwahrheit erzählt, was ist denn die Aufklärung in der Schule wirklich. Es gibt einzelne Fälle, wo ich auch finde, das ist grenzwertig, wenn so etwas passiert. Also, ein Spuff nachzustellen, das ist ja so ein Paradebeispiel. Aber das sind zum Beispiel dann auch so Sachen, die werden aus Deutschland als Situation, wo vorgefallen ist, importiert und so portiert, als wäre das in der Schweiz passiert, was aber dann einfach nicht stimmt. Also da ist sehr viel Polemik auch dahinter. Und ich denke, mir würden die Kinder und den Teenies einen Gefallen tun, wenn wir ein bisschen entspannter an das Thema herangehen. Wenn ich zu Hause aufkläre, muss ich eigentlich von der Aufklärung in der Schule keine Angst haben. Also es gibt eigentlich keine Ängste in Bezug auf schulische Aufklärung, wo Sie als Sexologin sagen würden, die haben eine gewisse Berechtigung. Also ich sage nicht, dass vielleicht einzelne Personen das nicht gut machen. Dass das Einzelfälle vielleicht sind. Aber die Leute, die ich kenne, die institutionalisierte Aufklärung, die ich so mitbekomme, denke ich, nein, die Eltern müssten keine Angst haben. Und vor allem ist der Vorwurf von quasi früher Sexualisierung und meistens kommt dann noch der Pädeophilievorwurf gerade hinein und so. Das finde ich Polemik. Denn dann zeigen wir diese Fälle. Also etwas, was Sie auch im älteren Buch erwähnen, ist ja auch die Angst vor Übersexualisierung, die Sie ja klar dagegen haben, wo Sie sagen, das ist im Fall nicht das, ist eigentlich nicht die Gefahr. Ja. Also die Übersexualisierung ist in dem Sinne gesellschaftlich schon gegeben. Also das heisst, Kinder werden sehr früh zum Beispiel mit Pornografie konfrontiert. Entweder in ihrem gleichaltrigen Kreis oder auf dem Schulausplatz oder in dem, was sie selber im Internet finden. Und das ist ein Problem. Und es ist insofern ein Problem, weil sie da mit sexuellem Inhalt konfrontiert werden, wo sie nicht wissen, wie damit umgehen. Und je weniger die Kinder wissen zum Thema Sexualität, desto schwieriger wird es für sie, mit dem umzugehen. Und je weniger Vertrauen sie zu den eigenen Eltern haben, desto weniger sprechen sie das dann bei den Eltern an. Ja, ich habe das und das gesehen oder das und das ist mir passiert. Da ging es auch ins Thema Übergriff. Also wenn Kinder keine Worte haben, wenn Kinder kein Wissen haben zu Sexualität, dann können sie zum Beispiel auch nicht darüber reden, was ihnen unangemessen passiert. Ja, das ist noch etwas, was wir jetzt gar noch nicht gestreift haben. Also Aufklärung ist auch Prävention. Aufklärung ist definitiv Prävention. Da gibt es nicht mehr viel mehr zu sagen. Da gibt es nichts mehr zu wirken. Das heisst, Übersexualisierung ist nicht Gefahr, sondern das Wort gibt es nicht. Aber Untersexualisierung ist viel gefährlicher. Ja, also Unteraufklärung würde ich sagen. Es gibt zu wenig Wissen. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Ich finde Übersexualisierung auch nicht gut. Ich wehre mich ein bisschen, dass man Aufklärung als Übersexualisierung bezeichnet. Ja, das ist eine Definitionsfrage. Ja, genau. Sie haben die Werte angesprochen, die man je nach eigenem, persönlichen Wert natürlich auch etwas unterschiedlich setzt. Was sind denn so Werte, die Sie jetzt ganz persönlich finden? Die finden Sie jetzt selber wichtig und wertvoll zum Vermitteln im Zusammenhang mit Aufklärungssexualität? Also, wir fangen mal ganz bei den Basics an. Ja. Zum Beispiel, dass der Körper mir gehört. Also, dass niemand das Recht hat, über mein Wille irgendetwas zu machen mit meinem Körper. Das ist zum Beispiel auch ein Wert, oder? Darf ich ganz schnell etwas nachfragen? Jetzt kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ich habe in diesem Zusammenhang schon etwa gehört, wenn man ein Kind zwingt, um Zähn zu putzen. Also, man putzt dem Kind Zähn. Dann ist das bereits ein Übergriff. Und das hat dann genau den Einfluss, dass das Kind nicht mehr lernt, ich darf Nein sagen bei meinem Körper. Also, nein, das sehe ich. Also, da kommt natürlich jetzt auch die Alltagspädagogik hin. Also, wir haben dort eher das Problem, dass Eltern sehr verunsichert sind, was sie überhaupt verlangen von einem Kind. Und es ist sehr wichtig, dass man die Elternhierarchie immer noch bewusst ist. Also, es ist eine totale Überforderung für Kinder, wenn sie eigentlich selbst wissen müssten, was für sie gut ist und was nicht. Und Zähn putzen gehört definitiv dazu, dass das etwas Gutes ist. Und natürlich ist jetzt die Frage, was heisst zwingen? Das wäre ja Ihre Frage gewesen. Also, wenn schon heisst zwingen, und da wird eben sehr viel missverstanden, wenn heisst zwingen, es ist falsch etwas zu verlangen vom Kind, dann ist das definitiv ein Irrweg. Wenn es heisst, unter den Arm klemmen und jemand sperrt dem Kind das Mund auf und der andere putzen. Ja, das wäre zwingend. Also, dann muss ich mich mit meinen pädagogischen Fähigkeiten auseinandersetzen, dass ich keine andere habe. Also, so zum Ziel kommen. Wo sind dann Sachen, wo Sie sagen, dort ist ganz klar so, dass das Kind wirklich Nein sagen darf in Bezug auf den Körper? Ja. Also, zum Beispiel, ob es Grosseltern küssen muss, ob es sich von jedem umarmen lassen muss. Man sagt, das fängt beim kleinen Kind auch schon an, gibt die Hand. Also, so Sachen, wo man merkt, das Kind wehrt sich eigentlich. Manchmal sind das ganz kleine Signale. Oder auch, dass man vielleicht auch mal jemand Erwachsener zurecht weisst, wenn es meinem Kind einfach über den Kopf streicht. Ich habe eine meiner Töchter einen blonden Lockenkopf. Und irgendwo haben die Leute wenig Hemmschwelle, um einfach auf den Kopf zu legen. Kann ich bestätigen. Ja. Und es fängt dort schon an. Dort schon an, einem Kind zu sagen, du darfst fauchen, oder? Du darfst dich wehren, das ist nicht in Ordnung, dein Körper gehört dir. Das ist so ein Wert, aber nachher kommen natürlich ganz viel mehr dazu. Also, wie gehen wir miteinander um? Was heisst Respekt? Also, letztendlich ist es ein weites Feld, wo ich versucht habe, auch in diesem Sinne wirklich als weites Feld aufzunehmen im Buch. Also, wie zum sagen, das Thema Verantwortung übernehmen für mich selber, das prägt natürlich dann auch, wie geht ein Teenager mit sich selber? Um in seiner sexuellen Erwachendphase, sage ich mal so. Also, die grösste Angst, auch wieder einmal vor religiösen Eltern, ist ja, mein Kind hat zu früh Sex. Und das geht in diesem Wertbereich natürlich ein. Also, jetzt in der religiösen Kreise geht es dann manchmal auch um, mein Kind wird erst Sex haben, wenn es verheiratet ist. Natürlich, natürlich. Und aber das Thema ist, dass Untersuchungen zeigen, je mehr junge Leute zu Sex wissen, desto später haben sie erstmals Sex. Allein das zeigt schon, wie wichtig eigentlich der Umgang ist mit dem ganzen Thema Aufklärung, also Wissensvermittlung. Und dann ist natürlich die Frage, was würde ein junger Mensch befähigen, sexuell aktiv zu werden? Also, für mich ist quasi mehr die Frage, wie werden junge Leute befähigt, verantwortungsvoll mit ihrer eigenen Sexualität umzugehen, als quasi die Verbotstafeln aufzustellen oder die Gebotstafeln mit erst Sex in der Ehe, beziehungsweise die Verbotstafeln mit kein Sex vor der Ehe. Das hätte in den letzten, würde man sagen, 50 Jahre, junge nicht davon abgehalten Sex zu haben. Und darum ist ja die Frage, wie führe ich junge Leute in einem verantwortungsvollen Umgang. Und da gibt es Erziehung, auch Erziehung zur Verantwortung und zur Mündigkeit ist sehr gut erforscht. Also, man weiss heute, was junge Leute befähigen, verantwortlich zu sein. Zum Beispiel? Zum Beispiel ernst genommen werden, also eben ein Gesprächsgegenüber haben, Ermutigung, gute Botschaften, also alle Sachen, die ihre Selbstsicherheit und auch ihre Selbstgefühle, das ist noch ein bisschen tiefer als jetzt einfach Selbstsicherheit, und das hat auch damit zu tun, traut man ihnen etwas zu, mutet man ihnen auch etwas zu. Also, es hat so viele Aspekte, die aber letztendlich alle immer wieder ein bisschen aufs Gleiche hinauslaufen. Also, einem Kind möglichst viel zutrauen, möglichst nicht abnehmen, was ein Kind selber machen kann. Aber immer ermutigend bleiben in der Sprache und in der Haltung. Und dazu gehört eben auch die positive Bewertung von allen körperlichen Empfindungen. Also, dass es legitim ist, dass ein Kind sich selber berührt, auch intim. Dass es legitim ist, dass Teenager sich selber befriedigen und dass es sogar nötig ist, dass sie das machen. Und dass man das dementsprechend auch wirklich thematisiert und sagt, es ist gut, dass du deinen eigenen Körper zuerst kennenlernst, bevor du überhaupt mit irgendjemandem Sex hast. Und da sind wir jetzt so ein wenig zu mitten in diesen konservativ-gläubigen Kreisen, die eben auch schon diesen Entwicklungsweg blockieren. Indem sie sagen, Selbstbefriedigung sei nicht gut. Also, sie sagen ja jetzt in letzteren Instanz so fast, wenn man die Kinder zudem ermutigt, um sich selber gut zu kennenlernen, eben auch um sich selber zu befriedigen, ist es eigentlich eine Prävention, dass es vielleicht zu früh Sex haben in Situationen, wo es echt nicht gut ist. Genau. Also, letztendlich tun die eigenen Körpererfahrungen einem ja sensibilisieren auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Und man weiss, dass junge Leute eigentlich sehr früh Sex haben, nicht weil sie zwingend Sex wollen, sondern weil sie ganz andere Bedürfnisse steilen. Also z.B. angenommen sein oder Zärtlichkeit spüren wollen. Bei den Jungs hat es noch ein bisschen einen anderen Aspekt von sich selber behaupten. Also ich bin der Grösste und der Beste, wenn ich schon Sex hatte oder so. Und wichtig ist darüber zu regeln, dass die sexuellen Bedürfnisse legitim sind. Aber die Frage ist, wie nehme ich diese ernst, wie lebe ich sie sinnvoll aus? Und dazu gehört eben auch der Aspekt, dass Sex ist nicht gleich Parsexualität. Aber wenn ich den ganzen Aspekt auslasse, dass es eine Solosexualität gibt, dann kommen Teenager unter Umständen tatsächlich auf die Idee, Sex ist gleich Sex mit jemand anderem und es gibt gar keinen anderen Weg, mit meinen sexuellen Bedürfnissen umzugehen. Also da ... Wir können nicht einfach ... Sinnvollerweise können wir nicht einfach Aspekte von einer sexuellen Entwicklung ausklammern und nachher erwarten, dass es einen gesunden Umgang mit Sexualität gibt. Es ist ja auch, wenn ich die beiden Bücher, die Sie jetzt herausgeben haben, wenn ich diese ansehe und vergleiche mit dem, was ich damals für Aufklärungsbücher gelesen habe, dann würde ich sagen, ein grosser Unterschied ist, damals ist es wirklich um die Fakten gegangen. Genau. Hard Facts oder so entstehen Babys, so funktioniert die Sexualität, also diese Sachen. Und Ihnen geht es ja, würde ich jetzt mal unterstellen, Sie dürfen mich korrigieren, fest auch darum, eben auch Sex als etwas Positives zu zeigen, auch wirklich so das lustvolle Empfinden auch wirklich positiv zu zeigen. Also Sie fassen das viel weiter, oder eine Aufklärung? Ja, das hat eben damit zu tun, dass es mir wichtig ist, dass Jugendliche ihre Sexualität eigentlich bei sich selber verankern. Also dass es nicht einfach die Hard Facts bleiben, die mit einem nichts zu tun haben. Und am Schluss habe ich aber gleich irgendetwas mit dem, aber ich kann es wie nicht festmachen an mir selber, wie will ich mit dem umgehen. Also ein Beispiel ist einfach, dass nach wie vor viel zu viele auch junge Frauen, ich habe diese in der Beratung, keine Freude an Sex haben, weil sie keinen ganzheitlichen Zugang über den Körper zu sich selber gefunden haben. Und das ist ein Problem. Also ganz viele Frauen jeglichen Alters denken eigentlich, Sex sei etwas, das man einem anderen zu lieb hat. Und allein diese Aspekte sind mir wichtig, wie zum Aufzeigen, Sex hast du in erster Linie dir zu lieb. Und wenn das ganze Setting und wie das abläuft nicht dir gut tut und du das Gefühl hast, das ist nicht mir zu lieb, dann sollte man das so nicht quasi dulden. Aber viele Frauen dulden Sex, weil sie keine gute sexuelle Beziehung zu sich selber haben. Und Jungs schlagen einfach auf der anderen Seite über die Schnür. Also die haben nicht zwingend einen besseren Bezug zu ihrem Körper, wollen aber quasi das Wettmachen, indem sie sich eher sexuell ausdobten. Und beides finde ich absolut nicht sinnvoll. Und da kommt dann eben die Sexualerziehung per Sexualphilagogik ins Spiel. Genau. Wir können noch so viel weiterreden. Es gibt auch ganz viele Sachen. Aber zum Glück gibt es ja diese zwei Bücher. Genau. Ich würde gerne zum Abschluss von Ihnen noch wissen, wenn ich diesen Tag geschaut und hörte und motiviert bin, um wieder einmal ein Gespräch mit meinen Kindern über Sex zu führen, was würden Sie empfehlen, wie geht man das jetzt an? Was macht man jetzt? Also bei Teenager ist es definitiv immer gut, eine Frage zu stellen. Also um Erlaubnis zu bitten würde ich dem sagen. Also nicht einfach das Kind jetzt überrollen mit ich habe jetzt ein neues Buch und jetzt probiere ich das alles aus an dir. Sondern ich würde eher fragen, würde ich das Buch interessieren? Ich habe es bestellt. Wenn du willst, würde ich auch mit dir darüber reden. Du kannst sagen, wann. Darf ich irgendwann einmal? Also das ist jetzt schon sehr viel aufs Mal. Das könnte man auch dosiert machen, oder? Ein bisschen später fragen. Hast du mal reingeschaut? Wie findest du es? Also eigentlich nicht einfach jetzt so gerade ins Thema Sex hineinstürzen. Sondern auch ein bisschen schauen. Will mein Teenie überhaupt? Ähm. Bei Kindern kann ich in dem Sinn ein bisschen offensiver sein. Und trotzdem fände ich es auch da gut, dass man immer wieder die Rückflagte stellt. Und wie willst du überhaupt? Ähm. Was habt ihr in der Schule zu diesem Thema eigentlich schon gesprochen? Ich möchte fragen, wie ist das eigentlich, wenn du so zu anderen Kindern nach Hause gehst? Ähm. Schaut ihr dort manchmal Sachen, die mit Sex zu tun haben? Also. Es ist immer gut, Kinder mit Fragen abzuholen und nicht einfach so. Meine Aussagen über das Kind aber stülpen. Veronika Schmidt, danke vielmals für dieses informative und inspirierende Gespräch. Und wer jetzt erst recht gefragt hat, wäre ja möglich. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Veronika Schmidt hat, ich versuche es zu drehen brandneu, zwei Bücher herausgebracht zum Thema Aufklärung. Es ist ein Buch, das sich an die Erziehenden richtet. Und dann ein Buch, das sich an die Teenager richtet. Ähm. Wir tun die Links, wo man die Bücher darunter bestellen kann, die wir euch verlinken. Das eine Buch ist bereits draussen, das andere kann man aber bereits vorbestellen. Das für Teenager, das kommt glaube ich Anfang Dezember. Ja. Kommt dann das raus. Wir tun euch alle Informationen, um die Bücher bestellen, vorbestellen, verlinken. Und natürlich auch Informationen zu Veronika Schmidt selber. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.